Hallo, hast du schon einmal Kartoffeln beobachtet, die im dunklen Keller auskeimen? Ist dir dabei aufgefallen, dass die gebildeten Keime sehr lang und gelblich sind? Die gebildeten Blätter sind klein und weich. Werden die Kartoffeln Licht ausgesetzt, entwickeln sie sich völlig normal. Etwas ähnliches kannst du beobachten, wenn du zum Beispiel einen Stein auf Rasen ablegst. Nach einiger Zeit bildet das Gras ebenfalls sehr lange und helle Blätter. Nimmst du den Stein dann wieder weg, wächst das Gras normal weiter. Beide Beobachtungen haben etwas mit der Reaktion einer Pflanze auf Dunkelheit und Licht zu tun und diese möchte ich dir in diesem Video erklären. Eine im Licht angezogene Kartoffel sieht so aus. Sie besitzt kräftige Triebe mit dunkelgrünen großen Blättern. Wenn Pflanzen dagegen Dunkelheit ausgesetzt sind... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com